Einen schönen Tag, willkommen bei Neustv. Heute als kleines Zigabus Special sind wir hier angetroffen beim Nummer 1 Flughafen der Welt seit Jahren, seit ewigen Jahren. Hier gibt es Schmetterlingsfelder und so weiter und so weiter. Schmetterlingsfelder, Schmetterlingsfelder. Es gibt so viele Dinge, die man sich hier anschauen kann und es sich ganz neu eröffnet, das Juwel. Und das Juwel beinhaltet sehr viele schöne Dinge, denke ich mal, würde ich mal behaupten, würde ich mal davon ausgehen, wie diese Kamera wahrscheinlich jetzt auch gleich, aber das sehen wir ja. So, da wollen wir uns mal nicht beirren lassen und los geht's. Anscheinend ist dieses Ding hier aus wie ein Gewe... Alter, da ist es sogar ein Wasserfall. Okay, dann ziehen wir uns das mal rein. Natürlich Bonzenläden, Bonzenläden. Also keine Bonsai-Läden, sondern Bonzen. Vielen Dank. 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 omm Bye. Bye. кварти.